Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Thea im Gaming. Wie ihr seht, habe ich die Partyeinleitung schon erhalten. Wir spielen mal wieder eine Runde Eroberung Battlefield 1, immer noch in der Aufnahmesession und der Tobi ist natürlich wieder mit von der Partie, was auch sonst. Ja, totaler Standard bin ich dabei. Anders läuft es ja nicht. Wir haben uns jetzt mal angewöhnt, dass wir schon mal so halbwegs in das Spiel rein joinen. Spart euch Zeit, spart uns Zeit, die Ladescreens werden nicht so lang. Das ist eine ganz nette Option. Aber egal, die Lamscreens, die gehören einfach zu uns dazu. Die muss man sich geben. Die muss man sich mal die Optiken anschauen, wie das so ist, so weißt du. Oh nö. Oh, warte mal, ich kann ja hier noch ein Kästchen öffnen. Mal gucken, ob ich das hier so aufkriegenkrieg. Ein Kästchen, wie süß. Ein Kästchen. Letzte. Letzte Kästchen war cool. Boah, schon wieder eine coole Optik. Schwarzer Falken habe ich jetzt gekriegt als Fahrzeug-Skin. Hat irgendwas mit... Schwarzer Falken. Richtig cool. Gerade Panzer-Ding gekriegt jetzt. Flugzeug. Ich hätte die eine Optik für die Sniper gekriegt, die war auch recht nice. Hm. Ja, glaube ich. Vielleicht das letzte Runde oder diese Runde. Ich ärgere mich immer noch nicht, dass ich dieses Erweiterungspack gekauft habe, ey. Weil da war auch der gute Baron bei und so, weißt du. Ach so. Ja, gut. Witziger, wenn man sich solche Sachen einfach freispült, irgendwie. Dann... Es gibt ja auch dieses Scout-Kids oder was, ey. Und so, mega geil. Wie lange haben wir überhaupt noch Trupp-Boost, so nebenbei? Zehn Minuten, okay. Äh, dann öffne mal bitte wieder den Dingens, dass andere auch noch wieder reinkommen können, dann haben wir mehr Auswahl zum... Ja. Oh, und zwei Step. Ich bin kurz hier zu meinen Kollegen rennen. Trupps. Hup, hup. Hup, hup. Boah. Ah. Ganz tolle Wurst. Jetzt werden sie da alle abgeknallt. Ich wurde überfahren. Ach. Kam es gar nicht zum Schuss. Ha. Ha. Den hast du verstanden, doch? Uh, aha. Du kannst zu mir, John, wenn du Bock hast. Ich bin mit dem Panzer. Boah, shit. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt hast du mich zugelabert. Ja, ich komme. Dein reicht immer noch, danke. Ach, geil. Du hast immer nur diese Hesling-MG's. Ja, er gibt mir durch den Waggon. Was ist mit ihm falsch? Gib mir mal auf. Boah, ich gehe raus. Achtung mal, er geht mir durch den Waggon. Ja? Warte, ich weiß, wo der ist. Alter. Ich weiß, wo der im Auto wohnt. Ach, schade. Da ist auch nur ein anderer Panzer. Verparieren. Wir verlieren Einsatzziel David. Wir verlieren David. David, tu uns das nicht an. David wollte was hin. Boah. Ey, ich krieg hier schon zum dritten Mal auf die Glutze. Was ist denn hier los, hey? Bleiblicher Panzer. Ach, Mann. Ja, läuft ja gar nicht. Sein Fahrzeug noch heil, oder? Sie ihn schlagen jetzt wieder. Boah, Panzer ist direkt hier um die Ecke. Ich bin rechts, ich bin rechts. Boah. Panzer zerstört. Oder? Ne, nur eingetötet von denen. Ja. Von links kommt irgendwas. Kannst du mal ein bisschen vorfahren? Ja. Ihren Panzer ist zerstört, der da hinten war? Hm, hab ich gesehen. Oh, sonst... Da oben ist aber noch irgendwas, was uns gibt. Oh, die... Ah, jetzt sind so mit Panzerbüchsen auf uns drauf, ey. Ja, okay. Ja, ach, hier reise ich gar nichts. Ja, hier reise ich noch weniger, wenn man tot ist. Oh, da hinten kommt ein Pyrotechniker. Ja. Hab ich gemerkt. Alter. Oh, diese scheiß Panzerbüchsen hier wieder, ey. Irgendwas gibt mir hier, irgendwelche Panzerbüchsen oder so, Mann. Ja, genau von da oben. Ja, genau von da oben. Ja, genau von da oben. Ach, shit. Ja. Okay. Da war das. Ey, das ist ja wie auf volles Gekämpel, ey. Wir haben mal eine Glasgranate gemacht. Da unten ist der, der Antik gefüllt sich. Ja. Ja. Da unten ist der, der Antik gefüllt sich. Du. Was? Die Stürmer? Dann heißt es raus, Rohanzug! Positioniert! Ich werfe der Granate! Ah, fuck it! Doch, raus! Was, awaitet? Was ist das gleichgeschütz-haus saugen, Mann. Rechts von hier in dem Haus, so. Oben hat da einen Sniper drin. Boah, ich wollte hier wieder in die Fressen gekriegt. Das ist doch mal ein, der... Nein! Ah! Verwatte ist nach oben, Marcel! Hä? Nach oben! Warum? Ja, weil ich da liege. Korrekt. Den Bock schon wieder drauf zu gehen. Alter Schwede. Das macht um, wenn ich dich sehe. Ich wusste, dass er mich da oben wieder weg holte, aber ich konnte sie nicht kriegen, ey. Ach, Mist! Jetzt hab ich gar nicht reagiert. Jetzt hab ich irgendwas ganz anderes gedacht an uns nachladen. Shit, oben ist einer mit der Pumpe. Wir verlieren Einsatzziel David. Na, komm schon. Spawn. Nice. Ja, Alter. Oh, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Jetzt vermiesen wir hier schon mal auf der anderen Seite. Bisschen Tapetenwechsel gemacht. Lauf hin, lauf hin, lauf hin, lauf hin. Steht da schon. Ey, da liegt der schon im Treppenaufgang. Das ist der Wahnsinn. Stufe 2. Ach, kämpft der die ganze Zeit da unten in dieser Scheisse. Ab mit seinem Kopf. Ich krieg ehrlich zu viel hier, was ist der Hammer? Was ist der Wahnsinn? Oh, da ist alles bewegt, Tobi. Jetzt hab ich euch in den Eiern hier besser. Das ist der Wahnsinn der Wahnsinn, was ist das? Ey, der ist nicht draufgegangen. Ey. Was für ein Sack. Was ist denn? Ich bring ihn um. Kommt sein Kollege angerannt. Hielt ihn. Ich bring jetzt Sunny um. Und der andere, den ich davor umgebracht hab, bringt mich wieder um. So, ich bin hier. Alter. Ich bin hier der Bretter. Alter. Ich hab voll ärgerlich schon so. Alter, hinter dir ist direkt einer. Was? ja die sind da links da unter der brücke ja ich sehe die gar nicht mehr auf einmal kommt von ihm beschüsse und raumst ich konnte nicht so schnell die maske aufziehen kannst du mich hier es ist einfach alles vergast was hast du schon wieder gas gesucht ach ich vergaß deswegen vergaß ja verstehe ich so komm jetzt gib mir hier munition gut gut weil die dann einfach alle bei mir in die graskarnatze reichlich sterben gerade weg Sehr gut. Habu. Habu. Habu, habu. Position. So. Wo sind die denn? Ja. Boah, Mist. Bei dir noch nie, aber... Nee, lass mal, lass mal, da kommt zu viele. Echt? Ja, 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 kannst knicken. Kannst du knicken. Komm ich lieber zu dir. Kannst du aber rein jetzt wollen. Ey, jo. Schuhe. Was geht hier? Partie. Partie, Partie. So, Partie, Partie. Weil hier in E... Sowieso wieder nicht gut aus. Weil hier... Wir kommen nicht aus dem Arsch, ey. Ja, wir müssen jetzt hier mal nicht was einnehmen. Komm, wir gehen jetzt mal auf D. Komm mal zusammen nach unten. Das war nicht fuller. Man kann's aber so, dass der mal nach D vor stößt. Nur die ganze Zeit ist das scheiß leichten Panzer. Ja, aber ich hab ein bisschen Bums hatten. Ach, Mann. Kannst du mich heilen? Ich bin auf dem Plangleisen. Boah, da sind's aber gerade alle. Ach, ne. Ist alles gut. Muss nur durchwenden. Ja, lauf, lauf. Oh, da ist man. Ja, er macht schon. Ist egal. Voll, weg. Boah. Boah. Der Feind hat die Oberhand. Position für dich. Danke. Woppala. Boah. Einfach alles am explodieren, ey. Ja, sehr gut. Nein. Ach, da steht der oben drüber, ey. Ah, der ist weg. Der ist weg. Komm, hier. Hier lauf, du. Oh, da kommt der beste Supporter. EU West. Nice. Ah, da hinten ist einer. Ah, Sniper. Zack, 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 zack. Jetzt müssen wir mal. Ich bin nicht weggeschmissen, hat er mich verliert. Ich kann auch mal E wieder machen. E oder D safe. Ja, ich geh gerade nach F und versuch das zu deafen, aber ich weiß nicht, ob hier so alles rum gemacht. Wo bist du? F. F. Alter, hier sind übertriebenst viele. Ja. Bei F? Echt? Ja. Mit vier Leuten, oder was? Und das ist immer noch zur Hälfte, nicht unsers. Soll ich bei uns. Wir rasten ja auch über die ganzen Leute raus. Ach, scheiße. Nein. Ach, Mist. Unser Panzerzug ist unter dem... Ja, das kann nicht sein, ey. Dein Ernst? Erst mal Panzerzug gönnen. Tutu. Also F, also E. Ne, ja doch, E und F müssen wir auf jeden Fall wieder kriegen. Ja, F sind wir gerade dabei. Aber jetzt noch ein leichter Panzer, glaube ich, wenn ich mich jetzt gerade nicht vermutet habe. Aber das ist das Feldgeschütz dahin. Jetzt krieg ich noch nochmal... Eskalation. Es, 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 es eskalatiert. Oh, das war ein guter Schuss. Das war ein guter Schuss. Das war ein guter Schuss. Vielleicht nochmal einen Nachsitz rein. Nice. Der ist auch weg. Ich weiß mal, die Bude da ist. Was ist denn los? Machst du langs auf, weißt du? Oh, vielleicht doch einer daneben geht's. Mal was auf C setzen, wenn du den Mözer hast. Ne, ja. Wir sind nämlich gerade bei C mit einem leichten Panzer. Ne, ich bin gerade bei D. Gerade bei D, ja. Ich glaube mit 4 Mann bei C. Ich glaube mit 4 Mann bei C. Wir fahren jetzt zu viert nach A. Wir versuchen mal so ein bisschen zu wegsteppen. Ach, scheiße. Nein, ich bin aus dem Panzerzug rausgeschlagen. Ey, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, Mist. Die kommen da auch nicht mehr rein? Wahrscheinlich einer hat mich den nächsten Platz geklaut hat. Ja, wahrscheinlich. Bleibt der denn nicht da? Nein, mach nicht klar. Ach, das ist doch ein Bauer, ey. Okay, ist mit Reparieren? Vielleicht? Lauf jetzt nicht, oder? Ja. Fahr doch zurück und reparier. Alter, das ist nicht wahr. Erschreckt, das ist nicht wahr. Aber was? Ach, Mist. Nein. RIP. Ich werde jetzt reparieren, Alter. Ich kann sie krieren und retieren. Ach nein, der reparieren doch nicht. Da oben sollte er das denn machen. Lose. Lose. Der ist auf 45 Leben repariert und dann... Wir haben Einsatzziele Friedrich verloren. Einsatzziele Friedrich verloren. Bei B. Bei der Klammschütztypi. Ich muss mal Schüter aufnehmen. Hingstellt und reparieren. Irgendwas kommt von vorne, oder? Ja, nicht fertig gesichtet. Was ist da los? Der geht nicht drauf, oder was? Was ist da los? Wir haben auch eine Stärke blöden. Das wird es immer noch losgehen. Wir haben auch einen Klör. Ey man, wie können die bei sowas denn noch überleben? Ich verstehe das nicht. Aber 22% Hätte hier überhaupt irgendjemand irgendwas ab? Boah, das nützt hier zu viel, das bin ich schön. Schaufel! Super. Oh ja, hier richtig auf dich fressiert. Wo sind sie? Ich bin bei C, weil das verlieren wir gerade. Ja, ich bin gerade bei D. Ich bin bei C. Ich muss jetzt hier einnehmen. Oh, die mörsert uns hier irgendjemand. Ich bin bei C. Ich bin bei C. Ich bin bei C. Ja. Ja. Bei dir. Wir treffen eine Graskranate da rein. Ich bin bei C. Ich bin bei C. Ja, beide. Ich bin bei C. 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 Ich kann den ich sagen. Ach, da ist der Transfatorzeug. Oh, da ist der Transfatorzeug. Da kannst du ja mal ein bisschen zurück Ach! Mann! Ich kann nicht heal ihn vielleicht Ja mach mach mach, ganz schnell Wenn du dran vorbeilaufen kannst Hat er dich wirklich? Ja, mich jetzt auch Ich versuch was wert Scheiße Na ja Wir haben doch hier einen Sanitäter auf 6 Metern Ja, wenn du zweimal hintereinander stehst, können sie sich hier nicht heilen Ja, aber mich? Ach so Es wird zu einfach Er hat sogar noch die Spritze in der Hand Warte darauf, dass er abgeballert wird Ach Mist 31,11 2016 Best-Gear-EU Supporter-OP Okay Wir müssen mal gewinnen hier, ey Gut Erstmal auf die Anzeige gucken und dann sowas schlaues ein Laufen, 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 laufen Ja Ja gut, das Match war schonmal Nichts Tja, das Match an sich war gut, guck mal wo wir wieder stehen Wir haben sogar schon wieder mehr Punkte wie die ganzen Gegner, ey Das ist so ätzend, ne Ich weiß auch nicht Irgendwas machen wir falsch Oder das Team Keine Ahnung Werde ich mal mit dem Panzer zu nicht stehen geblieben, ne Ja, du bist schuld Ja, ich bin schuld, hundertprozentig ich Ja, das sehe ich sogar ein Wenn man so scheiße sein kann Ja Kannat ist raus, kämpft immer klar Hat jemand Munition bestätzt? Ach ich mein Gott Was für ein Kack, ey Oh, ich habe sich sogar noch überholt Hundert Punkte Nicht meins Doch Hundert Punkte sind das schon fast Was? Ja Wäre ja auch zu schön gewesen Hätte ja wieder zu schöne Punkte gegeben, ne Ist so Ist so Möchtest du uns verabschieden? Ne, mach du mal gerade Ich habe ein bisschen gerade am Handy So Ja, das war wieder eine Runde mit TAM Gaming Ich hoffe das hat euch gefallen Misshandelt den Like Button Und hoffentlich bis zum nächsten Video Bis bald Bis bald Jut Dann bis bald